Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube Video. Heute möchte ich dir zeigen, wie du sensible Inhalte auf Telegram aktivisieren kannst. Wichtig ist, dass du dich im Internet, also im Webprogramm, anmeldest. Dann drückt man einmal auf die Einstellungen und scrollt nun einmal runter auf den Punkt Privacy and Security. Nun scrollt dich hier einmal ganz runter auf den Punkt Sensitive Conte und aktiviert nun diesen Punkt Disable Filtering sozusagen an. Und damit könnt ihr sozusagen sensible Inhalte auf Telegram euch anschauen. Ich würde mich über einen Like und also freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.